So, hier ist noch ein Natura. Jetzt würde ich sagen, alle von euch, die im Auto da sind, haben eine halbe Minute Zeit, um nochmal hinzugehen und die Großraus zu holen. Denn es ist Zeit, sich anzuschneiden! Nicht für Kinder! Jetzt komm! Ere Gnostic Front! Wie was? Liebe Kinder, jeden Alter! Jetzt kommen... Lerner! Wie was? Wie...